Dauerhafte Gefäßbepflanzung kombiniert mit Frühjahrsblüher. Diese können ab dem Frühjahr bepflanzt werden. Überlegen Sie sich zuerst, was Ihnen wichtig ist und was Sie gerne hätten. Dabei spielen Farbe, Form, Struktur und Duft der Pflanzen eine Rolle. Achten Sie bei der Wahl der Pflanzen auch auf den zukünftigen Standort. Einzeln, etwas abseitsgestellt, eignen sich Pflanzen mit kräftigen, leuchtenden Farben. In Gruppen wirken farblich abgestimmte Bepflanzungen sowie einheitliche Gefäße besonders attraktiv. Verschiedene Höhenabstufungen kommen besonders gut zur Geltung. Nicht immer sind es nur die Blütenfarben, die wirken. Auch mit speziellen Formen und Grüntönen lassen sich herrliche Kombinationen zaubern. Legen Sie, damit das Abflussloch nicht verstopft, ein Kunststoffnetz darüber. Sie verhindern Staunässe und erreichen einen optimalen Wasserabfluss, indem Sie bei allen Gefäßbepflanzungen eine Drainage-Schicht anlegen. Füllen Sie zuerst den Blähton ein. Bedecken Sie den Blähton mit einem Vlies. Um den speziellen Bedürfnissen dieser Pflanzen gerecht zu werden, verwenden Sie vorzugsweise eine Balkon-Erde. Für ein optimales Wachstum der Wurzeln reissen Sie den Wurzelballen mit einer Gartenkralle auf. Setzen Sie nun die Pflanzen ein. Erfreuen Sie sich an dieser Bepflanzung. Bestehend aus Weide, Lilie, Ginster, Primelrose und Efeu. Jedes Jahr aufs Neue. Ein entsprechender Langzeitdünger versorgt Ihre Pflanze mit den notwendigen Nährstoffen. Stecken Sie die Düngekegel möglichst nahe an die Wurzeln und beachten Sie die Mengenangaben je Gefäß und Größe auf der Verpackung. Zum Schutz vor Dickmaulrüsslern, Blattläusen und anderen Schädlingen können Sie bei Bedarf ein entsprechendes Pflanzenschutzmittel einstreuen. Für einen guten Wasserabfluss und eine optimale Luftzirkulation sollten die Gefäße immer ca. zwei Fingerbreit vom Boden entfernt stehen. Nun werden die Pflanzen noch gegossen. Unser Tipp Sieht ein Gefäß einmal nicht mehr so gut aus, decken Sie dieses einfach mit hängenden Pflanzen wie Efeu oder Immergrün ab. 11. 14. Vielen Dank.